4. Als Bath Taxi vor dem Screamers hielt, wimmelte der Tatort bereits vor Menschen. Das Blaulicht der Streifenwagen, mit denen der Zugang zur Seitenstraße blockiert wurde, durchzuckte die Dunkelheit. Inzwischen war auch der gepanzerte, kastenförmige Wagen des Bombenräumkommandos eingetrudelt. Überall rannten Polizisten rum, sowohl uniformiert als auch in ziviler Kleidung. Und natürlich hatten sich die unvermeidlichen, besoffenen Gaffer am Rande der Szenerie häuslich niedergelassen. Rauchend und plaudernd. Als Reporterin hatte Bath gelernt, dass Mord in Caldwell ein gesellschaftliches Ereignis war. Naja, zumindest für alle, außer demjenigen, der den Sterbepart übernommen hatte. Für das Opfer. Zumindest stellte Bath sich das so vor, war der Tod eine einsame Sache. Selbst wenn er oder sie dem Mörder gegenüber stand. Über manche Brücken musste man allein gehen, egal wer oder was einen dahingetrieben hatte. Bath hielt sich den Ärmel vor den Mund. Der stechende chemische Geruch von verschmortem Metall brannte beim Atmen in ihren Lungen. Hey, Bath! Einer der Polizisten winkte sie zu sich rüber. Wenn du dir das genauer ansehen willst, geh durch das Screamers und nimm den Hinterausgang. Da ist so ein Typ. Eigentlich suche ich José. Ist er in der Nähe? Der Polizist reckte den Hals und sah sich suchend in der Menge um. Vor einer Minute war er noch da. Vielleicht ist er zurück zur Wache gefahren. Ricky, hast du José gesehen? Plötzlich stand Bartsch O'Neill vor ihr und brachte seinen Kollegen mit einem finsteren Blick zum Schweigen. Was für eine Überraschung! Bath machte einen Schritt zurück. Der Iron Man war ein Riese von einem Mann. Großer Körper, tiefe Stimme, natürliche Autorität. Sie vermutete, dass viele Frauen sich zu ihm hingezogen fühlten. Denn er sah wirklich gut aus, auf eine laue, harte Art. Doch bei Bath hatte es nie gefunkt. Nicht, dass bei ihr jemals irgendwas funkte, wenn es um Männer ging. Also, Randa, was treibst du so? Er warf sich einen Kaugummi in den Mund und zerknüllte das Papier zu einem kleinen, festen Ball. Sein Kiefer machte sich an die Arbeit, als wäre er frustriert. Es war mehr ein Malen als ein Kauen. Ich bin wegen José hier, nicht wegen der Bombe. Aber klar doch. Sein Blick fiel auf ihr Gesicht. Mit den dunklen Augenbrauen und den tiefliegenden Augen sah er immer ein bisschen wütend aus. Aber seine Miene wurde unvermittelt noch finsterer. »Würdest du bitte mal kurz mitkommen?« »Ich möchte wirklich zu José.« Ihr Arm wurde in einem Klammergriff genommen. »Komm doch mal hier rüber.« Bath strengte sie in eine stille Ecke der Seitenstraße. »Weg von dem Gewimmel.« »Was zum Teufel ist mit deinem Gesicht passiert?« Sie legte die Hand auf die aufgesprungene Lippe. Sie musste wohl noch unter Schock stehen, denn das hatte sie völlig vergessen. »Lass mich die Frage noch mal wiederholen. Was zum Teufel ist mit dir passiert?« »Ich, ähm...« Ihr Hals zog sich zu. »Ich... Ich wurde...« Nein, sie würde nicht anfangen zu weinen. Nicht vor dem Iron Man. »Ich will zu José.« »Er ist nicht da. Also kannst du nicht zu ihm. Und jetzt raus damit. Was ist los?« Bartsch hielt seinen Arm seitlich ausgestreckt, als spürte er, dass sie sonst weglaufen könnte. Er war nur ein paar Zentimeter größer als sie, aber er hatte sicher dreißig Kilo mehr an Muskelmasse. Die Angst traf sie wie ein Eispickel in die Brust. Aber für heute hatte sie wirklich die Schnauze voll davon, sich rumschubsen zu lassen. »Geh weg, O'Neill!« Sie legte ihre Handfläche auf seine Brust und schob ihn von sich. Er bewegte sich. Ein bisschen zumindest. »Beth, erzähl mir!« »Wenn du mich nicht gehen lässt!« Sie sah ihm direkt in die Augen. »Schreibe ich einen Artikel über deine Befragungstechniken? Du weißt schon, die, bei denen man hinterher Röntgenbilder und jede Menge Gips braucht.« Seine Augen verengten sich. Dann ließ er die Arme sinken und hielt die Hände hoch, als wollte er sich ergeben. »Bitte!« Er ließ sie stehen und ging zurück zu den anderen. Berth ließ sich gegen die Hauswand fallen. Ihre Beine fühlten sich an, als könnten sie nie wieder normal funktionieren. Sie hielt den Kopf nach unten, um wieder Kraft zu schöpfen. Da sah sie etwas Metallisches aufblitzen. Langsam ging sie in die Hocke. Es war ein Wurfstern. »Hey, Ricky!« rief sie. Der Polizist kam mit weit ausholenden Schritten zu ihr. Sie zeigte auf den Boden. »Beweismaterial!« Dann ließ sie ihn allein weiter seine Arbeit machen und winkte sich auf der Trade Street ein Taxi ran. Sie konnte sich nicht länger zusammenreißen. Morgen würde sie bei José Anzeige erstatten. Gleich morgen früh! Als Rav im Salon erschien, hatte er sich wieder unter Kontrolle. Er hatte sich seine Waffen umgeschnallt. Die Jacke hielt er in der Hand. Sie war reich bestückt mit Wurfsternen und Dolchen, die er gern nutzte. Torment war der erste der Brüder, der eintraf. Seine Augen brannten. Schmerz und Rachsucht ließen das dunkle Blau so hell aufleuchten, dass selbst Rav einen Schimmer von Farbe wahrnahm. Als Torment sich gerade an Darius' gelb getünchte Wand lehnte, kam auch schon Vicious in den Raum. Sein neues Ziegenbärtchen ließ ihn noch unheimlicher aussehen als gewöhnlich, obwohl es eigentlich die Tätowierung um sein linkes Auge herum war, die ihn so bedrohlich wirken ließ. Heute Nacht hatte er sich seine Red Sox Baseballkappe so tief in die Stirn gezogen, dass von den komplizierten Zeichnungen an der Schläfe kaum was zu sehen war. Wie immer trug er seinen schwarzen Handschuh, um jeden, wenn auch nur versehentlichen Kontakt seiner linken Hand mit einem anderen Wesen zu vermeiden. Was eine gute Sache war. Ein verdammter Dienst an der Allgemeinheit. Rach folgte ihm auf dem Fuße. Seine sonstige Arroganz hatte er heute aus Respekt vor dem Anlass des Treffens ausnahmsweise runtergefahren. Rach war ein hochgewachsener Mann. Kräftig. Machtvoll. Stärker als alle anderen Krieger. Er war außerdem eine Sexlegende in der Welt der Vampire. Schön wie ein Hollywoodstar. Und triebgesteuerter als ein ganzer Stall Zuchthengste. Frauen, Vampirinnen wie Menschen, würden ihre eigenen Kinder niedertrampeln, um ihm nahe zu kommen. Zumindest, bis sie einen Blick auf seine dunkle Seite erhaschten. Wenn die Bestie in Rach zum Vorschein kam, dann rannte jeder, einschließlich der Krieger der Bruderschaft, um sein Leben und begann zu beten. Als letzter kam Piri. Er trat durch die Vordertür. Sein Humpeln war kaum zu bemerken. Erst kürzlich hatte er sich eine neue Prothese geleistet und war jetzt stolzer Besitzer eines Beines aus einer topmodernen Titan-Kobalt-Legierung. Die Apparatur aus Stangen, Gelenken und Bolzen war mit seinem rechten Bikerstiefel verschraubt. Seine fantastische Mähne aus unterschiedlich farbigem Haar hätte ihn eigentlich in die Oberliga der Frauenhelden einreihen müssen. Aber er war seinem Zölibatsschuhe eisern treu geblieben. In seinem Leben war nur Platz für eine einzige Liebe. Und das brachte ihn seit Jahren langsam, aber sicher um. Wo ist dein Zwillingsbruder, Mann? fragte Rav. Zeit kommt gleich. Dass Sadist zu spät kam, war nicht gerade überraschend. Zwar von Kopf bis Fuß ein Dreckskerl, der dem Hass, besonders gegenüber Frauen, neue Dimensionen verlieh. Gott sei Dank sah er durch sein vernarbtes Gesicht und den fast kahlgeschorenen Schädel so furchterregend aus, wie er war, weswegen die Leute ihm normalerweise aus dem Weg gingen. Als Säugling war er aus seiner Familie entführt und zum Blutsklaven gemacht worden. Seine Herrin hatte ihn in jeder erdenklichen Hinsicht auf brutale Art und Weise missbraucht. Puri hatte beinahe ein Jahrhundert gebraucht, um seinen Zwilling wieder zu finden. Und Sade wäre um ein Haar zu Tode gefoltert worden, bevor er ihn retten konnte. Ein Sturz ins Salzwasser des Meeres hatte Sadist auf ewig Wunden in die Haut gebrannt. Und zusätzlich zu seinem Geflecht aus Narben trug er immer noch die Tätowierung eines Sklaven. Neben diversen Piercings, die er noch selbst hinzugefügt hatte. Einfach nur, weil er gern Schmerz spürte. Kein Zweifel. Sade war der gefährlichste aus der Bruderschaft. Nach allem, was er durchgemacht hatte, war ihm alles und jeder scheißegal. Einschließlich seines Zwillingsbruders. Selbst Raph war auf der Hut, wenn dieser Krieger in der Nähe war. Ja, die Bruderschaft der Black Dagger war eine höllische Türpe. Und das Einzige, was zwischen der Zivilbevölkerung der Vampire und der Gesellschaft der Lässer stand. Mit verschränkten Armen sah Raph sich im Raum um und musterte jeden Einzelnen. Er sah ihre Stärke, aber vor allem ihren Fluch. Darius' Tod führte ihm wieder vor Augen, dass seine Krieger zwar die Legionen von Schlechtern der Lässer immer wieder empfindlich trafen, doch sie waren nur so wenige Brüder gegen eine unerschöpfliche, sich ständig erneuernde Armee von ihnen. Denn Gott weiß, es gab ausreichend Menschen, die willens und fähig waren, zum Mörder zu werden. Die Zahlenverhältnisse waren nicht zum Vorteil seiner Spezies. Er musste der Tatsache ins Auge sehen, dass Vampire nicht ewig lebten, dass die Brüder getötet werden konnten. Und dass das Gleichgewicht von einem Moment zum anderen kippen konnte. Zugunsten ihrer Feinde. Verflucht! Eigentlich war das längst geschehen. Seit damals, vor Äonen, Omega die Gesellschaft der Lässer geschaffen hatte, war die Zahl der Vampire immer weiter gesunken. Heute gab es nur noch einige wenige Enklaven, in denen sie lebten. Ihre Art stand kurz vor der Auslöschung. Auch wenn die Krieger der Bruderschaft in dem, was sie taten, eine tödliche Perfektion erreichten. Wäre Raph ein anderer König gewesen. Einer wie sein Vater, der bewundert und ein von allen verehrter Patronen der Vampire sein wollte, vielleicht würde ihrer aller Zukunft viel versprechender aussehen. Doch der Sohn war nicht wie der Vater. Raph war ein Krieger, kein Anführer. Er stand lieber aufrecht mit einem Dolch in der Hand, als auf einem Ton rumzusitzen. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Brüdern zu. Alle Krieger starrten ihn an. Erwarteten Anweisungen von ihm. Und ihre Achtung machte ihn nervös. Ich verstehe Darius' Tod als persönlichen Angriff, begann er. Ein zustimmendes Gemurmel ertönte von den Brüdern. Raph holte die Berieftasche und das Handy des getöteten Lässers raus. Das hier habe ich heute Nacht einem Lässer hinter dem Screamers abgenommen. Kümmert sich jemand darum? Er warf die zwei Gegenstände in die Luft. Puri fing beide auf und reichte das Handy an Vicious weiter. Aufgebracht schritt Raph im Zimmer auf und ab. Es ist mal wieder höchste Zeit für einen Raubzug. Verdammt richtig, knurrte Rage. Man hörte ein metallisches Schaben und dann das Geräusch eines Dolches, der in einen Tisch gerammt wurde. Wir müssen dahin gehen, wo sie ausgebildet werden, wo sie leben. Was bedeutete, dass die Brüder einen Aufklärungseinsatz vor sich hatten? Die Mitglieder der Gesellschaft der Lässer waren nicht dumm. Sie wechselten ihre Operationsstützpunkte in regelmäßigen Abständen. Ihre Rekrutierungs- und Ausbildungscamps waren ständig in Bewegung. Genau deshalb war es normalerweise für die Vampire effektiver, sich selbst zur Zielscheibe zu machen und zu bekämpfen, wer immer sich an ihre Spur heftete. Früher war die Bruderschaft gelegentlich auf Raubzüge gegangen. Dann hatten sie im Rudel jeweils Dutzende Lässer in einer einzigen Nacht getötet. Diese offensive Taktik war aber selten geworden. Groß angelegte Angriffe waren effizient, aber gleichzeitig heikle Unternehmungen. Denn große Schlachten zogen schnell die Aufmerksamkeit der menschlichen Polizei auf sich und Unauffälligkeit lag im Interesse aller Beteiligten. Hier ist ein Führerschein, murmelte Puri. Ich werde mal die Adresse überprüfen. Scheint hier in der Nähe zu sein. Welcher Name steht da? Wollte Raub wissen. Robert Strauss. Vicious fluchte, als er das Handy näher untersuchte. Hier ist nicht viel drin. Ein bisschen was in der Anrufliste. Paar Kurzwahlen. Ich jag's mal durch den Computer und sehe mir an, welche Anrufe ankamen und rausgingen und zu wem die Nummern gehören. Ralf knirschte mit den Zähnen. Ungeduld und Wut waren ein Cocktail, der schwer zu schlucken war. Ich muss euch wohl nicht extra sagen, dass wir nicht viel Zeit haben. Man kann unmöglich sagen, ob der Lässer, den ich heute Nacht von der Straße geholt habe, der Täter war. Also sollten wir am besten in der gesamten Gegend gründlich aufräumen. Bringt alle um, egal wie schmutzig es wird. Die Eingangstür schwang auf und Sadist kam mit großen Schritten rein. Ralf funkelte ihn zornig an. Nett, dass du auch mal vorbeischaust, Said. Schwer beschäftigt mit den Ladies? Wie wär's, wenn du mir nicht auf den Sack gehst? Sadist stellte sich in eine Ecke, weit weg von den anderen. Wo wirst du sein, Herr? fragte Torment ruhig. Der gute alte Thor. Immer bemüht zu schlichten, ob durch Ablenkung, gutes Zureden oder schlichte Gewaltanwendung. Hier. Ich bleibe hier. Falls der Lesser, der Darius auf dem Gewissen hat, noch am Leben ist und weiterspielen will, möchte ich leicht zu finden sein. Nachdem die Krieger gegangen waren, zog Ralf seine Jacke an. Dabei stach ihm der Umschlag von Darius in die Seite und er zog ihn aus dem Hosenbund. Auf der Vorderseite befand sich ein Streifen Tinte. Vermutlich sein Name, dachte Ralf. Er riss den Umschlag auf. Als er ein cremeweißes Stück Papier rauszog, fiel ein Foto zu Boden. Er hob es auf und konnte schemenhaft langes, dunkles Haar erkennen. Eine Frau. Ralf starrte den Zettel an. Die Buchstaben flössen in einem bedeutungslosen, verschwommenen Gekritzel ineinander, das er niemals würde entziffern können, wie sehr er auch blinzelte. Fritz, rief er laut. Der Butler eilte heran. Lies das. Fritz nahm den Brief und senkte schweigend den Kopf. Ralf. Laut, zischte Ralf. Oh, Vergebung, Herr. Fritz räusperte sich. Falls ich noch nicht mit dir gesprochen habe, fragt Torment nach den Einzelheiten. 1188 Red Avenue Apartment 1B Ihr Name ist Elizabeth Randell. PS Das Haus und Fritz gehören dir, falls sie nicht bis ins Erwachsenenalter überlebt. Tut mir leid, dass es so früh enden musste. Die. Du Scheißkerl, murmelte Ralf. 5 Beth hatte sich zum Schlafen ihre üblichen Sachen. Boxershorts und ein T-Shirt angezogen und klappte gerade ihren Futon aus, als Boo an der Glasschiebetür miaute. Der Kater zog enge Kreise vor der Scheibe und schien draußen etwas zu fixieren. Bist du schon wieder hinter Mrs. DiGios Mieze her? Das hatten wir doch schon mal und das ist dir nicht besonders gut bekommen. Weißt du noch? Ein Hämmern an ihrer Wohnungstür ließ ihren Kopf rumschnellen und brachte ihren Herzschlag aus dem Rhythmus. Sie ging zur Tür und linste durch den Spion. Als sie sah, wer da stand, drehte sie sich vorsichtig zur Seite und drückte ihren Rücken an die billige Holzverkleidung. Das Hämmern begann von Neuem. Ich weiß, dass du da bist, sagte der Ironman laut und ich gehe nicht weg, bis du mir aufmachst. Resigniert ließ sie das Schloss aufschnappen und öffnete die Tür. Noch bevor sie ihm sagen konnte, er solle zur Hölle fahren, stürmte er an ihr vorbei ins Zimmer. Boo machte einen Buckel und fauchte. Sehr erfreut kleiner Panther. Batschs tiefe Stimme wirkte in Bath winziger Wohnung völlig fehl am Platz. Wie bist du in die Eingangshalle gekommen? fragte sie und schloss die Tür. Mit einem Dietrich. Gibt's einen bestimmten Grund, warum sie in dieses Gebäude eingebrochen sind, Detective? Er zuckte die Achseln und setzte sich auf ihren abgenutzten Ohrensessel. Ich dachte mir, ich statte einer Freundin mal einen Besuch ab. Und warum gehst du dann mir auf die Nerven? Nötterst du's hier, sagte er und sah sich um. Du bist so ein Lügner! Hey, wenigstens ist's sauber bei dir. Das ist schon mehr, als ich über meine Bruchbude sagen kann. Seine haselnussbraunen Augen hielten ihren Blick fest. Dann sprechen wir jetzt mal darüber, was dir heute nach der Arbeit passiert ist. Okay? Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Leise kicherte er. Mann, was hat her saver sich nicht hab? Soll ich dir Stift und Papier holen? Das wird eine lange Liste. Aua, du bist eiskalt, weißt du das? Er klang amüsiert. Sag mal, magst du nur die, die du nicht kriegen kannst? Hör mal, ich bin wirklich erschöpft. Stimmt, du bist ja auch erst spät aus dem Büro raus. Gegen 9.45 Uhr. Ich hab mit deinem Chef gesprochen. Dick sagte, du warst immer noch an deinem Schreibtisch, als er zu Charlies ging. Und dann bist du zu Fuß nach Hause. Richtig, Detroit Street entlang. Wie jeden Abend möchte ich wetten. Und du warst allein. Eine Zeit lang. Bath schluckte, als ein leises Geräusch ihren Blick zur Glastür zog. Boo wanderte auf und ab und miaute, seine riesigen Augen in die Dunkelheit vor der Scheibe gerichtet. Willst du mir nicht endlich erzählen, was an der Kreuzung von Trite und Tanz passiert ist? Sein Blick wurde weicher. Woher weißt du? Rede einfach mit mir. Und ich verspreche dir, dafür zu sorgen, dass das Arschloch bekommt, was es verdient. Raph stand in der stillen Nacht und betrachtete die Gestalt von Darius' Tochter. Sie war groß für eine menschliche Frau. Und ihr Haar war schwarz. Doch mehr konnten ihm seine Augen nicht verraten. Tief sog er die Luft durch die Nase ein, konnte aber ihren Duft nicht einfangen. Türen und Fenster ihrer Wohnung waren geschlossen, und der Wind aus Westen trug den süßen Geruch von Fäulnis zu ihm. Er konnte allerdings den Tonfall ihrer Stimme durch die Schiebetür hören. Sie redete mit jemandem, einem Mann, dem sie offenbar nicht traute, oder den sie nicht mochte, denn sie sprach in knappen Worten. Ich will es dir so einfach wie möglich machen, sagte der Kerl. Ralf beobachtete, wie sie zur Glastür ging und hinaussah. Sie sah genau in seine Richtung, doch er wusste, sie konnte ihn nicht sehen. Er stand tief im Schatten. Dann öffnete sie die Tür und steckte den Kopf raus, wobei sie mit dem Fuß dem Kater den Weg nach draußen versperrte. Ralf stockte kurz der Atem, als ihr Duft zu ihm rüber wehte. Sie roch umwerfend gut, wie eine üppige Blume, eine nachtblühende Rose vielleicht. Er saugte die Luft tief in in seine Lunge und schloss die Augen. Sein Körper reagierte auf den Duft. Sein Blut regte sich. Darius hatte Recht gehabt. Sie näherte sich ihrer Transition. Er konnte es an ihr riechen. Mischling oder nicht, sie würde die Wandlung vollziehen. Da schob sie die Tür wieder zu und wandte sich wieder an den Mann. Ihre Stimme war durch die nicht ganz geschlossene Tür nun viel deutlicher zu hören und Raph mochte ihren rauen Klang. Sie kamen von der anderen Straßenseite auf mich zu. Es waren zwei. Der größere hat mich in die Seitenstraße gezogen und Raph war plötzlich ganz ohr. Ich habe versucht gegen ihn anzukommen, wirklich, aber er war größer als ich und dann hat sein Freund meine Arme festgehalten. Ihre Stimme überschlug sich. Er hat gesagt, wenn ich schreie, schneidet er mir die Zunge ab und ich dachte, er würde mich umbringen. Dann hat er mein T-Shirt aufgerissen und meinen BH hochgeschoben. Um ein Haar hätte er mich, aber ich konnte mich losreißen und bin weggerannt. Er hatte blaue Augen, braune Haare und einen Ohrring, einen quadratischen Diamanten im linken Ohr. Und er trug ein dunkelblaues Polohemd und Kaki Shorts. Seine Schuhe konnte ich nicht richtig sehen. Sein Freund hatte blonde kurze Haare, keinen Ohrring und ein weißes T-Shirt mit dem Namen dieser Band hier der Gegend drauf. Tomato Eater Der Mann stand auf und trat zu Bath. Er legte den Arm um sie und wollte sie trösten. Doch sie entwand sich seinem Griff und hielt Abstand. Glaubst du wirklich, du kannst ihn kriegen? fragte sie. Der Mann nickte. Oh ja, das werde ich. Barge verließ Bath Randalls Wohnung in mieser Stimmung. Eine Frau zu sehen, der jemand ins Gesicht geschlagen hatte, gehörte nicht gerade zu seinen Lieblings Aufgaben im Job. Und im Falle von Bath fand er es besonders verstörend, weil er sie schon länger kannte und sich irgendwie zu ihr hingezogen fühlte. Die Tatsache, dass Bath eine außergewöhnlich schöne Frau war, machte die Sache zwar nicht unbedingt noch schlimmer, aber die geschwollene Lippe und die blauen Flecken an ihrem Hals markierten gegenüber der ansonsten vollkommenen Schönheit ihrer Gesichtszüge einen besonders krassen Gegensatz. Bath Randall war schlicht und ergreifend hinreißend. Sie hatte langes, dickes, schwarzes Haar und umwerfend blaue Augen, eine Haut wie cremefarbene Seide und einen Mund wie gemacht für den Kuss eines Mannes und erst ihre Figur lange Beine, schlanke Taille, perfekt geformte Brüste. Die Männer des Polizeireviers waren sämtlich in sie verknallt. Doch das musste Bath ihr lassen. Sie benutzte ihr Aussehen niemals, um sich Insider-Informationen von den Jungs zu beschaffen. Immer bewahrte sie sich ihre Professionalität. Sie verabredete sich nie mit einem der Kollegen, obwohl die meisten von ihnen zumindest den linken Hoden geopfert hätten, um auch nur ihre Hand zu halten. Eines war sicher. Ihr Angreifer hatte einen verflucht blöden Fehler gemacht, als er ausgerechnet sie ausgesucht hatte. Die gesamte Polizeitruppe würde ihm auf den Fersen sein, wenn rauskam, wer er war. Und Bartsch konnte seine Klappe so schlecht halten. Er stieg in seinen Wagen und fuhr quer durch die Stadt zum St. Francis Hospital. Vor der Notaufnahme parkte er und ging hinein. Der Wachmann an der Drehtür lächelte ihn an. Auf dem Weg ins Leichenschauhaus, Detective? Nein, ich will nur einen Freund besuchen. Der Mann winkte ihn durch. Bartsch ging am Wartezimmer der Notaufnahme vorbei, mit ihren Plastikbäumen, zerfledderten Zeitschriften und besorgten Menschen. Er schob eine Flügeltür auf und tat in die sterile, weiße Klinikatmosphäre. Viele der Schwestern und Ärzte der Station kannte er und nickte ihnen im Vorbeigehen zu. Hey, Dong, erinnerst du dich an den Kerl mit der gebrochenen Nase, den wir vorhin hergebracht haben? fragte er am Empfang. Der Angesprochene sah von einer Tabelle auf, die er gerade studierte. Ja, der wird gleich entlassen. Da hinten, Zimmer 28. Der Internist stieß ein kurzes Lachen aus. Die Nase war noch das kleinste seiner Probleme. Das kann ich dir flüstern. Der singt fürs Erste keine tiefen Töne mehr. Danke, Kumpel. Apropos, Wie geht's der Werten Gemahlin? Gut, hat in einer Woche Termin. Sag Bescheid, wenn es da ist. Bartsch ging nach hinten. Bevor er Zimmer 28 betrat, warf er einen Blick den Gang runter. Alles war still. Kein medizinisches Personal zu sehen. Keine Besucher. Keine Patienten. Er öffnete die Tür und steckte den Kopf hinein. Billy Riddle saß auf dem Bett. Eine weiße Bandage hing unter seiner Nase. Was gibt's, Officer? Haben Sie den Kerl? Ich werde gleich entlassen und mir wäre schon wohler, wenn Sie ihn gewahrsam hätten. Bartsch schloss die Tür und drehte in aller Seelenruhe den Schlüssel um. Er lächelte, während er quer durch den Raum ging, den Blick starr auf den funkelnden quadratischen Glitzerstein in Billys Ohr gerichtet. Was macht die Nase, Billy Boy? Die ist okay und die Schwester hatte vielleicht einen geilen Arsch. Bartsch packte ihn vorn an seinem Poloshirt und riss ihn auf die Füße. Dann schleuderte er Beth Peiniger so hart gegen die Wand, dass die Apparatur hinter dem Bett wackelte. Er brachte sein Gesicht so nah an das des Jungen, dass sie sich hätten küssen können. Hast du dich heute Abend gut amüsiert? Große blaue Augen blickten ihn an. Wovon reden sie? Bart schubste ihn nochmal. Jemand hat dich identifiziert, die Frau, die du vergewaltigen wolltest. Das war ich nicht. Natürlich nicht. Und wenn man noch deine kleine Drohung mit ihrer Zunge und deinem Messer dazurechnet, könnte das sogar reichen, um dich hinter Gitter zu bringen. Hast du es schon mal mit einem Kerl getrieben, Billy? Ich wette, du wirst echt beliebt sein. Ein hübsches weißes Jüngerlchen wie du. Der Junge wurde so weiß wie die Wand, an die er gedrückt wurde. Ich hab sie nicht angefasst. Ich sag dir mal was, Billy, wenn du ehrlich zu mir bist und mir sagst, wo dein Kumpel ist, kannst du vielleicht sogar auf deinen eigenen Füßen hier raus laufen. Wenn nicht, bringe ich dich auf einer Trage runter zur Wache. Billy schien kurz über den Deal nachzudenken. Dann stieß er hektisch hervor. Sie wollte es doch, sie hat praktisch darum gebettelt. Bart schob das Knie und drückte es in Billys Schritt. Ein hohes Jaulen schwirrte durch die Luft. Musst du deshalb die nächste Woche im Sitzen pinkeln? Als der kleine Mistkerl anfing, vor sich hin zu brabbeln, ließ Bartsch ihn los und sah zu, wie er an der Wand zu Boden glitt. Kaum sah Billy die Handschellen, wurde sein Jammern noch lauter. Unsanft warf Bartsch ihn auf den Rücken und zog nicht gerade rücksichtsvoll seine Handgelenke zusammen. Die Handschellen schnappten zu. Du bist verhaftet. Du hast das Recht zu schweigen. Alles was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Wissen sie nicht, wer mein Vater ist, schrie Billy plötzlich hellwach. Ihre Dienstmarke können sie vergessen. Wenn du dir keinen leisten kannst, wird dir von Gericht einer gestellt. Hast du deine Rechte verstanden? Leck mich! Bartsch legte seine Handfläche auf den Hinterkopf des Jungen und drückte die ramponierte Nase auf das Linoleum. Hast du deine Rechte verstanden? Billy stöhnte und nickte. Er hinterließ eine Spur frischen Blutes auf dem Boden. Dann ist ja gut. Und jetzt machen wir uns an den Papierkram. Ich halte mich gern an die Vorschriften. Sechs Buh! Hörst du jetzt mal auf? Beth schlug mit der Faust auf ihr Kissen und rollte sich rum. Der Kater sah sie an und miaute. Im Schein der Küchenlampe, die sie extra angelassen hatte, sah sie, wie er immer wieder mit der Pfote an die Scheibe pochte. Vergiss es, kleiner Tiger! Du bist ein Hauskater! Hauskater! Glaub mir! Die große weite Welt ist nicht so toll, wie sie vielleicht von drinnen aussieht. Sie schloss die Augen und beim nächsten klagenden Miau fluchte sie und warf das Laken von sich. Missmutig ging sie zur Glastür und sah hinaus. Genau in diesem Moment sah sie den Mann. Er lehnte an der Gartenmauer, eine dunkle Gestalt, die viel größer war als die vertrauten Schatten der Mülltonnen und des Gartentisches. Mit zitternden Händen überprüfte sie das Schloss an der Tür und dann die Regel der Fenster. Alles fest verschlossen. Sie zog die Vorhänge vor, schnappte sich ihr tragbares Telefon und stellte sich wieder hinter Bo. Der Mann hatte sich bewegt. Scheiße, er kam auf sie zu. Wieder tastete sie nach dem Schloss an der Schiebetür und ging dann langsam rückwärts. Dabei blieb sie mit der Ferse an ihrem Fouton hängen, taumelte und fiel nach hinten. Das Telefon glitt ihr aus der Hand und hüpfte davon. Hart schlug sie auf der Matratze auf. Unfassbar! Die Tür schob sich auf, als hätte Bath nie das Schloss rumgedreht. Als wäre es nicht gerade eben noch hörbar eingerastet. Immer noch flach auf dem Rücken liegend zappelte sie wild mit den Beinen, verstrickte sich in ihrem Laken bei dem Versuch, von dem Eindringling wegzukommen. Er war riesengroß, seine Schultern so breit wie Balken. Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen. Doch die Bedrohung, die von ihm ausging, fühlte sich an wie eine auf ihre Brust gerichtete Waffe. Wimmernd rollte sie sich auf den Boden und koch auf Händen und Knien von ihm weg. Die Holzdielen unter ihr knirschten. Hinter sich hörte sie hörte sie seine Schritte donnern, immer lauter. Sie kauerte sich zusammen wie ein Tier, blind vor Furcht. Als sie gegen ihr Flortischchen stieß, spürte sie nicht mal Schmerzen. Tränen liefen ihr über die Wange. Sie bettelte um Gnade und streckte die Hand nach der Wohnungstür aus. Da wachte Beth auf, mit offenem Mund, zu einem entsetzlichen Geräusch, das die Stille des Morgengrauens erschütterte. Es war sie selbst, sie schrie so laut sie konnte. Erschrocken presste sie die Lippen zusammen und tatsächlich ihre Ohren taten nicht mehr weh. Schwerfällig quälte sie sich aus dem Bett und schlurfte zur Glastür und begrüßte die ersten Sonnenstrahlen mit einer Erleichterung, die sie beinahe schwindelig machte. Als sich ihr Herzschlag wieder einigermaßen normalisiert hatte, holte sie tief Luft und prüfte das Türschloss. Alles in Ordnung. Der Garten war leer. Alles war völlig normal. Sie stieß ein kurzes hohes Lachen aus. War ja klar, dass sie schlecht träumen würde, nach all dem, was gestern Nacht passiert war. Vermutlich würde sie noch eine ganze Weile hypernervös sein. Als sie sich umdrehte und zum Badezimmer ging, fühlte sie sich halbtot. Doch der letzte Ort auf der Welt, an dem sie jetzt sein wollte, war ihre Wohnung. Sie sehnte sich nach dem emsigen Gewimmel in der Redaktion wollte zwischen Menschen, Telefonen und Papierbergen sein. Dort würde sie sich sicher fühlen. Gerade wollte sie in die Dusche steigen, als sie einen scharfen Schmerz in ihrem Fuß verspürte. Sie untersuchte ihre nackte Sohle im Stehen und zog ein Stück Porzellan aus der Ferse. Als sie sich nun auf dem Boden umsah, bemerkte sie erst die Scherben der zersprungenen Schale, die immer auf ihrem Flurtischchen gestanden hatte. Verwundert fegte sie die Reste zusammen. Seltsam. Sie musste die Schale wohl runtergeworfen haben, als sie gestern nach dem Überfall in die Wohnung gestürmt war. Raph war vollkommen erschöpft, als er in seine Kammer in Darius Haus tief unter der Erde ging. Er verschloss die Tür hinter sich und zerrte eine ramponierte Truhe aus dem Schrank. Die schwere schwarze Marmortafel, die er rausholte, war etwa 50 mal 50 Zentimeter groß und 10 Zentimeter dick. Knurrend legte er sie mitten im Zimmer auf den Boden. Dann ging er zurück zu der Truhe, entnahm ihr einen Samtbeutel und warf ihn auf das Bett. Er zog sich aus, duschte und rasierte sich und ging dann, immer noch nackt, zurück in den Raum. Erst jetzt zog er die seidene Schleife des Beutels auf und schüttelte die kieselsteingroßen Rohdiamanten auf die Tafel. Der leere Samtbeutel glitt ihm aus der Hand und schwebte zu Boden. Ralf neigte den Kopf und sprach die Worte seiner Muttersprache. Sanft hoben und senkten sich die Silben mit seinem Atem, während er dem Toten die Ehre erwies. Als er die Elegie beendet hatte, kniete er sich auf die Tafel. Er spürte, wie sich die Steine in sein Fleisch spurten. Langsam verlagerte er sein Gewicht mehr auf die Fersen, legte die Handflächen auf seine Oberschenkel und schloss die Augen. Das Totenritual verlangte, dass er den gesamten Tag reglos verbrachte, dass er den Schmerz ertrug, dass er in Erinnerung an seinen Freund blutete. Vor seinem geistigen Auge sah er Darius Tochter. Er hätte nicht einfach so in ihre Wohnung gehen sollen. Immerhin hatte er sie halb zu Tode erschreckt, obwohl er sich doch eigentlich nur vorstellen und ihr erklären wollte, warum sie bald seine Hilfe brauchen würde. Außerdem hatte er ihr noch versichern wollen, dass er sich diesen Kerl vorknöpfen würde, der sich mit ihr angelegt hatte. Oh ja, das hatte er wirklich großartig gemacht, so einfühlsam wie ein Tanklaster. Sie war vor Schreck fast durchgedreht, als er ins Zimmer kam. Und er hatte ihre Erinnerungen löschen und sie in eine leichte Trance versetzen müssen, um sie wieder zu beruhigen. Nachdem er sie auf ihr Bett gelegt hatte, wollte er eigentlich wieder verschwinden. Doch er konnte einfach nicht. Stattdessen hatte er sie betrachtet, den verschwommenen Gegensatz zwischen dem schwarzen Haar und dem weißen Kissen aufgenommen, ihren Duft eingeatmet, eine sexuelle Regung in seinen Lenden verspürt. Bevor er ihre Wohnung endgültig verließ, hatte er noch gewissenhaft alle Türen und Fenster verschlossen. Dann hatte er noch einen letzten Blick auf sie geworfen und an ihren Vater gedacht. Raph konzentrierte sich auf den Schmerz, der bereits in seinen Oberschenkeln einsetzte. Sein Blut färbte die Marmortafel rot und darin konnte er das Gesicht des toten Kriegers sehen. Er spürte das Band, das zu Lebzeiten zwischen ihnen bestanden hatte. Es war seine Pflicht, den letzten Wunsch seines Bruders zu erfüllen. Zumindest das schuldete er ihm nach all den Jahren, die sie zusammen der Vampirrasse gedient hatten. Halb Mensch oder nicht? Darius Tochter würde nie mehr ungeschützt durch die Nacht gehen müssen. Und sie würde auch ihre Wandlung nicht allein durchstehen müssen. Gott stehe uns bei! Gegen sechs Uhr morgens war Bartsch mit Billy Riddles Bericht fertig. Ganz offensichtlich nahm der Kerl Anstoß an den Drogendealern und Schlägern, mit denen er vorübergehend die Zelle auf dem Revier teilen musste. Weswegen Bartsch sich bemühte, so viele Tippfehler wie nur möglich in seinen Bericht zu machen. Und es war kaum zu fassen. Aber das Computersystem gab ihm doch ständig widersprüchliche Anweisungen, welche Formulare genau denn nun ausgefüllt werden mussten. Und dann hatten auch noch die Drucker ihren Geist aufgegeben. Alle 23. Trotz allem würde Riddle nicht allzu lange auf der Polizei bleiben müssen. Sein Vater war tatsächlich ein mächtiger Mann. Ein Senator, sprich irgendein gewiefter Staranwalt würde ihn in null Komma nichts hier rausholen. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunde. Geld regierte die Welt und es brachte auch solche Dreckskerle zurück in die Freiheit. Nicht dass Batsch verbittert gewesen wäre. Ach woher? Als er in die Eingangshalle kam, traf er zufällig einen ihrer Stammgäste auf der Wache. Cherry Pie war offensichtlich gerade nach einer Nacht in der Zelle aus dem Frauenknast entlassen worden. Eigentlich hieß sie Mary Markay und soweit Batsch wusste, arbeitete sie schon seit etwa zwei Jahren auf dem Straßenstrich. Hallöchen Detective schnurrte sie. Ihr roter Lippenstift klebte in den Mundwinkeln und der schwarze Eyeliner war verschmiert. Sie hätte richtig hübsch sein können, stellte er fest, wenn sie die Crackpfeife wegwerfen und ungefähr einen Monat durchschlafen würde. Willst du ganz allein nach Hause? Wie immer. Er hielt ihr die Tür auf und sie gingen hinaus. Kriegst du auf die Dauer keinen Muskelkater in der linken Hand? Bartsch musste lachen. Beide sahen in den Himmel. Was treibst du so, Cherry? Das Übliche. Sie steckte sich eine Zigarette zwischen die Zähne und zündete sie an, den Blick aus den Augenwinkeln auf ihn gerichtet. Wenn du mal die Schnauze voll hast vom Wichsen, ruf mich einfach an. Ich mach's dir kostenlos, weil du so ein gut aussehender Kerl bist. Aber kein Wort zu Big Daddy, klar? Sie stieß eine Rauchwölke aus und spielte abwesend an ihrem kaputten linken Ohr herum. Die obere Hälfte fehlte. Oh Mann, ihr Zuhälter war eine Bestie. Sie stiegen nebeneinander die Betonstufen hinunter. Hast du dir mal das Programm angesehen, von dem ich dir erzählt hab? fragte Bartsch, als sie auf dem Bürgersteig ankam. Er half einer Freundin dabei, eine Selbsthilfegruppe für Prostituierte ins Leben zu rufen, um Frauen beizustehen, die sich von ihren Zuhältern und ihrem alten Leben zu befreien. Ja, klar, super Sache. Sie lächelte ihn an. Bis demnächst. Pass auf dich auf. Sie wandte sich um und schlug sich auf die rechte Pobacke. Das wäre ihr Preis gewesen. Bartsch sah ihr eine Weile nach, wie sie die Straße hinunter starkste. Und dann stieg er aus einem Impuls heraus in einen zivilen Streifenwagen und fuhr quer durch die Stadt zurück in die Gegend des Creamers. Vor dem McGrinders hielt er an. Ungefähr 15 Minuten später kam eine Frau in enger Jeans und einem schwarzen bauchfreien T-Shirt raus. Kurzsichtig blinzelte sie in das helle Tageslicht. Als sie sein Auto entdeckte, schüttelte sie ihr rotbraunes Haar und kam auf ihn zu. Er kurbelte das Fenster runter und sie beugte sich zu ihm, um ihn auf die Lippen zu küssen. »Dich habe dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen, Batsch. Bist du einsam?« raunte sie ihm ins Ohr. Sie roch nach Schalmbier und Cocktailkirschen, wie jeder Barkeeper am Ende einer langen Nacht. »Steig ein«, sagte er. Ohne zu zögern ging sie um die Motorhaube rum und glitt auf den Beifahrersitz. Während sie zum Fluss fuhren, sprachen sie über ihre Schicht in der Bar. Das Trinkgeld hatte mal wieder zu wünschen übrig gelassen und ihre Füße brachten sie fast um nach der vielen Rennerei. Er parkte unter dem Brückenbogen, der über den Hudson führte und die beiden Teile Cordwells miteinander verbannt. Sorgfältig achtete er darauf, dass sie weit genug von den Obdachlosen weg waren, Lumpen schliefen. Auf Publikum konnte er gut verzichten. Und eins musste er Abby lassen. Sie war schnell. Noch ehe der Motor abgestellt war, hatte sie schon seine Hose geöffnet und bearbeitete seine Erektion mit geübtem Griff. Er klappte den Sitz zurück und sie setzte sich rittlings auf ihn und schmiegte sich an seinen Hals. Teilnahmslos sah er in ihren zerzausten Haar vorbei auf den Fluss. Das Sonnenlicht glitzerte so wunderschön auf dem Wasser. Liebst du mich, Baby? flüsterte sie ihm ins Ohr. Sicher. Er strich ihr das Haar zur Seite und sah ihr in die Augen. Sie waren leer. Er hätte jeder x-beliebige Mann sein können. Und genau darum funktionierte ihre Beziehung. Sein Herz war genauso leer wie ihr Blick. 7 Als Mr. X den Parkplatz vor der Cartwell Marzel Arts Academy überquerte, wehte ihm der Geruch aus dem Dunkin' Donuts von gegenüber in die Nase. Dieser Duft, dieses wunderbare dicke Aroma von Mehl und Zucker und heißem Öl lag schwer in der Morgenluft. Er blickte über die Schulter und sah einen Mann, der mit zwei rosa-weißen Schachteln unter dem Arm und einem riesigen Kaffeebecher in der Hand aus dem Laden kam. Das wäre doch mal eine nette Art, den Tag zu beginnen, dachte Mr. X. Er erreichte den Weg, der unter der rot-weißen Markise der Kampfsportschule entlang führte. Kurz blieb er stehen, um einen Plastikbecher aufzuheben. Der Vorbesitzer hatte offenbar extra einen Schluck Cola darin gelassen, damit seine oder ihre Zigarettenkippen lustig darin rumschwimmen konnten. Mr. X entsorgte die ekelhafte Hinterlassenschaft und schloss die Tür auf. Die Gesellschaft der Lässer hatte vergangene Nacht in ihrem Krieg ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und er war derjenige, der das vollbracht hatte. Darius war ein Gigant von einem Vampir gewesen. Ein Mitglied der Black Dagger. Was für eine Törfeje. Verflucht schade nur, dass nichts mehr von ihm übrig war, was man hätte an die Wand hängen können. Die Bombe von Mr. X hatte ihren Zweck erfüllt. Mehr als das. Er hatte zu Hause gesessen und den Polizeifunk abgehört, als die Meldung reinkam. Die Operation war exakt so verlaufen, wie er sie geplant hatte. Absolut professionell, absolut anonym und absolut tödlich. Er versuchte, sich an das letzte Mal zu erinnern, als ein Mitglied der Bruderschaft aus dem Weg geräumt worden war. Das musste sicher mehrere Jahrzehnte her sein, lange bevor er der Gesellschaft beigetreten war. Natürlich hatte er erwartet, dass man ihm auf die Schulter klopfen würde, nicht, dass solcherlei Lob ihm besonders viel bedeutet hätte. Er hatte damit gerechnet, dass er einen Bonus bekäme, vielleicht mehr Einfluss oder ein größeres geografisches Einsatzgebiet. Aber die tatsächliche Belohnung hatte seine Hoffnung noch um ein Vielfaches überstiegen. Omega hatte ihm kurz vor Morgengrauen einen Besuch abgestattet und ihm alle Rechte und Privilegien eines Hauptlässer verliehen. Ein Anführer der Gesellschaft der Lässer. Eine überaus große Verantwortung, genau das, was er von Anfang an gewollt hatte. Neue Macht war die einzige Form des Lobes, die ihn interessierte. Mit langen Schritten eilte er zu seinem Büro. Die ersten Kurse begannen um neun Uhr. Das ließ ihm genug Zeit, einige neue Regeln für seine Untergebenen in der Gesellschaft aufzustellen. Sein erster Impuls war gewesen, eine Bekanntmachung rauszuschicken. Doch das wäre nicht klug gewesen. Ein guter Anführer ordnete erst einmal seine Gedanken, bevor er sprach. Er drängte nicht aufs Podium, um sich bewundern zu lassen. Stolz war die Wurzel allen Übels. Anstatt also wie ein Naht zu triumphieren, hatte er sich erst mal draußen in einen Liegestuhl gesetzt und auf die Wiese hinter seinem Haus gesehen. Im jungfräulichen Leuchten der Morgendämmerung hatte er über die Stärken und Schwächen seiner Organisation nachgedacht und sich dabei von seinen Instinkten leiten lassen. Aus dem Gewirr von Bildern und Gedanken hatte sich nach und nach ein Muster raus gebildet, bis die Zukunft klar und deutlich vor ihm lag. Nun an seinem Schreibtisch lockte er sich auf der geschützten Website der Gesellschaft ein und machte unmissverständlich klar, dass auf der Führungsebene ein Wechsel stattgefunden hatte. Er beorderte alle Lässer um vier Uhr nachmittags in die Academy. Wohl wissend, dass zwar einige einen weiten Weg hatten, doch niemand sich weiter als eine achtstündige Autofahrt entfernt aufhielt. Jeder, der nicht auftauchte, würde aus der Gesellschaft ausgestoßen und wie ein Hund gejagt werden. Die Lässer an einem Ort zu versammeln kam selten vor. Derzeit zählten sie zwischen 50 und 60 Mitglieder, je nachdem, wie viele pro Nacht von den Brüdern getötet und wie viele neue Rekruten in Dienst genommen wurden. Die Mitglieder der Gesellschaft lebten alle in oder in der Nähe von Neu England. Diese Konzentration auf die nordöstlichen Staaten der USA lag einfach daran, dass hier die meisten Vampire wohnten. Wenn sie den Wohnsitz wechselten, würde auch die Gesellschaft weiterziehen, wie es schon seit Generationen in diesem Krieg geschah. Mr. X war sich bewusst, dass es riskant war, die Lesser für eine Zusammenkunft nach Cordwell zu rufen. Aber obwohl er die meisten von ihnen kannte und manche sogar ziemlich gut, war es doch erforderlich, dass sie ihn sahen und seine Worte hörten. Besonders, da er ihnen neue Ziele geben würde. Ebenfalls wichtig war, das Treffen bei Tageslicht abzuhalten. Damit stellte er sicher, dass sie nicht von der Bruderschaft überfallen werden konnten. Und er konnte gegenüber den menschlichen Angestellten des Studios behaupten, ein Seminar über Kampfsporttechniken abzuhalten. Sie würden die Zusammenkunft im großen Konferenzraum im Keller abhalten und sicherheitshalber die Türen abschließen. Bevor er sich wieder auslockte, schrieb er noch einen Bericht über die Eliminierung von Darius. Er wollte, dass die Vampirjäger es schriftlich hatten. Detailliert beschrieb er die Art von Bombe, die er benutzt hatte, die genaue Anleitung zum Bau dieser Bombe und wie man den Zünder mit dem Starter des Autos verbannt. Es war so einfach, wenn alles ordentlich vorbereitet war. Man musste die Bombe nur noch scharf machen und wenn das nächste Mal die Zündung des Autos gestartet wurde, verwandelten sich sämtliche Insassen zu Asche. Für diesen Sekundenbruchteil der Genugtuung hatte er den Krieger Darius ein Jahr lang unter Beobachtung gehabt. Er hatte sich mit seinem Lebensrhythmus vertraut gemacht. Und dann, vor zwei Tagen, war Mr. X in der BMW-Vertragswerkstatt der Brüder Green eingebrochen, als der Vampir seinen 6er BMW zur Inspektion gebracht hatte. Die Bombe war darin installiert worden. Und letzte Nacht hatte Mr. X nur noch unauffällig am Wagen vorbeischlendern und mit einem Sender den Zünder aktivieren müssen. Von dem langwierigen und aufwändigen Verlauf dieser Eliminierung berichtete er nichts. Er wollte, dass seine Lesser glaubten, er könne so eine tadellose Aktion nach Lust und Laune durchführen. Image und Wahrnehmung spielten eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer Macht Macht und er wollte von Anfang an ein glaubwürdiger Befehlshaber sein. Nachdem er sich ausgelockt hatte, lehnte er sich zurück und legte die Hände an den Fingerkuppen dachförmig aneinander. Seit er der Gesellschaft beigetreten war, hatte der Schwerpunkt des Kampfes auf der Reduktion der Vampirpopulation durch zivile Eliminierung gelegen. Natürlich würde das langfristig sein Ziel bleiben. Doch seine erste Anordnung würde ein Strategiewechsel sein. Der Schlüssel zum Sieg lag darin, die Bruderschaft auszuschalten. Ohne diese sechs Krieger wären die übrigen Vampire den Lässern schutzlos ausgeliefert. Diese Taktik war nicht neu. Immer wieder war sie in den vergangenen Generationen angewendet und ebenso oft wieder verworfen worden, wenn die Mitglieder der Bruderschaft sich als zu aggressiv oder zu schwer greifbar erwiesen. Doch Darius Tod brachte neuen Schwung in die Sache und es war höchste Zeit für eine Veränderung. So wie die Dinge lagen, schaltete die Bruderschaft Jahr für Jahr Hunderte der Lässer aus. Neue, unerfahrene Jäger mussten angeworben werden. Rekruten bedeuteten immer Ärger. Sie waren schwer zu finden, schwer in die Gesellschaft zu integrieren und einfach nicht so effektiv wie erfahrene Kämpfer. Diese andauernde Notwendigkeit neue Männer anzuheuern führte zu einer kritischen Schwächung der Lässer. Trainingszentrum wie die Caldwell Martial Arts Academy dienten zwar der Rekrutierung von Nachwuchs für die Gesellschaft, doch gleichzeitig waren sie sehr exponiert. Eine Einmischung der menschlichen Polizei und gleichzeitig einen Überfall der Bruderschaft zu verhindern, erforderte beständige Wachsamkeit und häufige Standortwechsel. Das ewige Umherziehen war zwar sehr störend, doch wie sonst sollte die Gesellschaft ihre Operationszentren vor Angriffen schützen? Mr. X schüttelte den Kopf. Irgendwann würde er einen weiteren Befehlshaber brauchen. Doch mit dieser Wahl würde er sich breitlassen. Glücklicherweise war nichts von dem, was er vorhatte, besonders kompliziert, sondern elementare Militärstrategie. Die Streitkräfte zusammenziehen, sie koordinieren, Informationen über den Feind beschaffen, logisch und diszipliniert vorgehen. Heute Nachmittag zog er seine Streitkräfte zusammen. Was die Koordination betraf, würde er sie in Eskadrons einteilen. Und er würde regelmäßige Treffen zwischen ihm selbst und kleinen Grüppchen der Jäger einführen. Und die Informationen? Wenn sie die Bruderschaft auslöschen wollten, mussten sie ihren Aufenthaltsort kennen. Das war schwierig, aber nicht unmöglich. Die Krieger waren eine misstrauische und geheimnisvolle Bande. Sie blieben unter sich. Doch die übrigen Vampire hatten hin und wieder Kontakt mit ihnen. Die Mitglieder mussten sich ja ernähren und das ging nun mal nicht untereinander. Sie brauchten weibliches Blut. Und weibliche Vampire, selbst wenn die meisten von ihnen wie kostbare Schmuckstücke unter Verschluss gehalten wurden, hatten Brüder und Väter, die man zum Reden bringen konnte. Der richtige Anreiz und die Männer würden schon preisgeben, wo ihre Frauen hingingen und mit wem sie sich trafen und damit die Bruderschaft ausliefern. Das war der Kern seiner gesamten Strategie. Ein ausgeklügeltes System aus Geiselnahme und Terror würde ihn zur Bruderschaft führen. Unweigerlich. Entweder weil die Bruderschaft wütend wurde und von selbst aus ihrem Loch gekrochen kam oder weil jemand redete und ihren Aufenthaltsort verriet. Das ideale Ergebnis wäre rauszufinden, wo die Krieger ihre Tage verbrachten. Sie bei Sonnenschein anzugreifen, wenn sie am verletzlichsten waren, verhieß die größten Chancen auf Erfolg und reduzierte das Risiko von Todesopfern auf der Seite der Gesellschaft auf ein Minimum. Im Endeffekt war es kaum schwieriger, einen Vampir zu töten als einen stinknormalen Menschen. Sie bluteten, wenn man sie mit einem Messer verletzte und ihr Herz hörte aufzuschlagen, wenn man sie erschoss. Und wenn man sie dem Sonnenlicht aussetzte, verbrannten sie. Ein Mitglied der Bruderschaft zu töten, war ein ganz anderer Fall. Sie waren ungeheuer stark, bestens ausgebildet und ihre Wunden heilten extrem schnell. Sie waren eben eine ganz eigene Subspezies. Bei einem Krieger hatte man genau einen Versuch. Wenn der nicht tödlich verlief, kann man selbst nie wieder nach Hause. Mr. X stand von seinem Schreibtisch auf und betrachtete sich einen Moment lang im Spiegelbild der Fensterscheibe. Blasses Haar, blasse Haut, blasse Augen. Bevor er der Gesellschaft beigetreten war, hatte er rote Haare gehabt. Nun konnte er sich nicht mal mehr erinnern, wie er damals ausgesehen hatte. Aber über seine Zukunft war er sich im Klaren und über die der Gesellschaft. Er verschloss die Tür hinter sich, ging durch den gefließten Flur in die Haupthalle und stellte sich neben den Eingang. Den Schülern die zu ihrem Jujitsu Kurs rein strömten, nickte er zu. Das war seine Lieblingsklasse. Eine Gruppe junger Männer zwischen 18 und 24, die sehr vielversprechend waren. Die Jungs in ihrem weißen Jujitsu neigten den Kopf vor ihm und nannten ihn Sensei. Mr. X musterte jeden Einzelnen prüfend. ihre Augenbewegung, ihre Haltung, ihre Stimmung. Dann stellten sich die Schüler vor ihm auf und er schritt die Reihe ab. Immer ausschauhaltend nach potenziellen Rekruten für die Gesellschaft. Was er suchte, war die richtige Kombination aus Kraft, Intelligenz und ungelenktem Hass. Als die Gesellschaft in den 1950er Jahren auf ihn zutrat, war er gerade 17 und saß in einer Jugendstrafanstalt ein. Ein Jahr davor hatte er seinem Vater ein Messer in die Brust gerammt, nachdem dieser Dreckskerl ihn einmal zu oft die Bierflasche über den Kopf gezogen hatte. Er hatte gehofft, sein Vater wäre tot. Doch leider hatte er überlebt und konnte nach Hause gehen und Mr. X Mutter töten. Wenigstens war der gute alte Dad so schlau gewesen, sich hinterher auch den eigenen Schädel mit dem Gewehr weg zu pusten. Mr. X hatte die Leiche bei einem Besuch zu Hause gefunden, direkt bevor man ihn geschnappt und in den Knast gebracht hatte. An jenem Tag, als er über den Leichnam seines Vaters gebeugt dastand, hatte Mr. X gelernt, dass es nicht besonders befriedigend war, einen Toten anzubrüllen. Einem, der schon gegangen war, konnte man schließlich nichts mehr wegnehmen. In Anbetracht seines Erzeugers war es eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass Gewalt und Hass in Mr. X Blut flossen. Vampire zu töten war war eines der wenigen sozial akzeptablen Ventile für eine Mordlust wie die seine. Das Militär war doch scheiß langweilig. Zu viele Regeln und immer musste man erst warten, bis irgendwo ein Krieg erklärt wurde, bevor man zur Tat schreiten konnte. Und als Serienmörder war man auf einen zu kleinen Rahmen beschränkt. Die Gesellschaft war da etwas ganz anderes. Er hatte alles, was er sich schon immer gewünscht hatte. Unbegrenzte Mittel, die Möglichkeit zu töten, sobald die Sonne unterging. Und natürlich die unschätzbare Gelegenheit, die nächste Generation zu prägen. Dafür hatte er seine Seele verkaufen müssen. Na und? Kein Problem für ihn. Nach allem, was sein Vater ihm angetan hatte, war davon ohnehin nicht mehr viel übrig gewesen. In seinen Augen hatte er auf jeden Fall von dem Handel profitiert. Er würde unfehlbar jung und bei bester Gesundheit bleiben, bis zu dem Tag, an dem er seinen letzten Atemzug tat. Und sein Tod würde nicht von irgendeinem biologischen Versagen abhängen, wie Krebs oder Herzinfarkt, sondern ausschließlich von seinem eigenen Vermögen auf sich aufzupassen. Dank Omega war er den Menschen physisch überlegen. Seine Sehkraft war perfekt und er durfte tun, was er am liebsten tat. Die Impotenz hatte ihn anfangs etwas gestört, doch daran hatte er sich längst gewöhnt. Und nichts zu essen oder zu trinken. Ach, er war noch nie ein besonderer Gourmet gewesen. Außerdem, Blut zum Fließen zu bringen war besser als Essen oder Sex. Jederzeit. Als die Tür zum Trainingsraum plötzlich aufschwang, warf er einen schnellen Blick über die Schulter. Es war Billy Riddle und der Junge hatte zwei blaue Augen und eine bandagierte Nase. Mr. X zog eine Augenbraue hoch. Pausierst du heute, Riddle? Ja, Sensei. Billy verneigte sich. Aber ich wollte trotzdem kommen. Guter Mann. Mr. X legte Riddle den Arm um die Schultern. Deine Disziplin gefällt mir. Wie wär's, wenn du heute das Aufwärmen übernimmst? Billy verneigte sich noch tiefer, bis sein breites Kreuz beinahe parallel zum Boden stand. Sensei! Dann los! Er klopfte dem Jungen auf die Schulter. Und nimm sie ruhig hart ran! Billy sah auf. Die Augen blitzten. Mr. X nickte. Freut mich, dass wir uns verstehen, mein Junge. Als Bath aus dem Haus kam, runzelte sie die Stirn. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand ein ziviler Streifenwagen. Jose stieg aus und lief zu ihr rüber. Ich hab gehört, was passiert ist. Sein Blick blieb an ihrem Mund haften. Wie geht's dir? Besser. Komm, ich fahr dich zur Arbeit. Danke, aber ich gehe lieber zu Fuß. Rosses Mund öffnete sich zum Protest, doch sie legte ihre Hand auf seinen Arm. Ich werde mich von der Sache nicht so einschüchtern lassen, dass ich mein Leben nicht mehr normal führen kann. Irgendwann muss ich wieder an der Stelle vorbei und dann ist es mir lieber, wenn es beim ersten Mal heller Morgen ist. Er nickte. Okay, aber am Abend rufst du dir ein Taxi oder du sagst einem von uns Bescheid, damit er dich abholt. Jose schön, dass wir und du weißt wahrscheinlich schon, was Bartsch O'Neill letzte Nacht getan hat. Sie traute sich kaum zu fragen. Was denn? Er hat diesem kleinen Scheißkerl einen Besuch abgestattet. Wenn ich das richtig verstanden habe, musste man ihm die Nase noch mal neu einrichten, als unser guter Detective mit ihm fertig war. Jose öffnete die Fahrertür und ließ sich auf den Sitz. nachfallen. Na gut, sehen wir dich heute auf der Wache? Ja, ich würde gern noch mehr über die Autobombe wissen. Dachte ich mir schon. Bis später dann. Er nickte und fuhr aus der Parklücke. Es wurde drei Uhr nachmittags und immer noch hatte sie es nicht auf die Polizeistation geschafft. Jeder im Büro hatte ihre Geschichte hören wollen. Und dann hatte Toni auch noch darauf bestanden, dass sie alle zusammen zum Essen ging. Nachdem sie wieder zurück an ihren Schreibtisch gerollt war, hatte sie den Nachmittag damit vertrödelt, Alka-Selza zu lutschen und und E-Mails zu schreiben. Sie wusste, dass sie einiges zu erledigen hatte. Aber der Artikel über die Waffenhändler wollte ihr einfach nicht von der Hand gehen. Nicht, dass sie eine Deadline gehabt hätte. Dick hatte es nicht gerade furchtbar eilig, ihr einen Platz auf der Titelseite frei zu schaufeln. Nein, er gab Bath immer nur schlichte, anspruchslose Arbeit. Die beiden letzten Texte, die auf ihrem Tisch gelandet waren, hatten die großen Jungs verfasst und sie sollte nur nochmal die Fakten überprüfen. Dick hatte sich in seiner Zeit bei der New York Times an hohe Standards gewöhnt und nach wie vor achtete er peinlich genau auf Gründlichkeit. Das war eine seiner Stärken. Leider nahm er es nicht annähernd so genau, wenn es um die Lorbeeren ging. Egal wie viele Fehler sie korrigierte, immer noch wartete sie vergeblich darauf, dass ihr Name neben einem der großen Jungs über einem Artikel stand. Es war schon fast sechs, als sie endlich mit dem Bearbeiten der beiden Texte fertig war und sie in Dick's Hauspostfach steckte. Am liebsten hätte sie den Gang zur Polizeiwache ausfallen lassen. Bartsch hatte ihre Anzeige ja schon letzte Nacht aufgenommen. Für sie gab es in dem Fall nichts mehr zu tun. Im Klartext, sie hatte ein mulmiges Gefühl, im selben Gebäude wie ihr Peiniger zu sein, selbst wenn er sich in einer Zelle befand. Außerdem war sie wirklich erschöpft. Beth sie zuckte beim Klang von Dick's Stimme zusammen. Kann jetzt nicht, ich muss zur Wache, rief sie über die Schulter. Auf Dauer könnte sie sich ihn nicht vom Hals halten, aber wenigstens müsste sie sich heute Abend nicht mit dem Typen befassen. Und sie wollte wirklich gern mehr über die Bombe wissen. Hektisch stürmte sie aus dem Büro und lief sechs Blocks nach Osten. Das Gebäude der Polizeistation war ein typisches Beispiel für die städtischen Baumaßnahmen der 60er Jahre. Zwei Stockwerke hoch, weitläufig, zu seiner Zeit hochmodern, mit viel blassgrauem Zement und unzähligen schmalen Fenstern. Es alterte ohne jede Würde. Schwarze Streifen liefen über die Steinmauern, als blutete es aus einer Wunde im Dach und auch das Innere sah unheilbar aus. Ekelhaftes grünes Linoleum deckte den Boden, Holz imitat die Wände und abblätternde Farbe den Rest. Nach 40 Jahren war der hartnäckigste Schmutz in jede Ritze und jeden Spalt gedrungen und ließ sich höchstens noch mit einer Spritzpistole oder Zahnbürste entfernen. Und vielleicht durch einen Räumungsbefehl vom Gericht? Die Cops waren wirklich nett zu ihr, als sie ankam. Kaum hatte sie einen Fuß ins Gebäude gesetzt, umringten sie Beth besorgt. Sie versuchte das Ganze etwas runter zu spielen, ohne wieder in Tränen auszubrechen. Danach ging sie zu den Jungs in der Zentrale und plauderte ein wenig mit ihnen. Ein paar Zuhälter und Dealer waren heute festgenommen worden. Ansonsten war es ein ruhiger Tag gewesen. Sie wollte gerade gehen, als Bartsch durch die Hintertür reinkam. Er trug eine Jeans und ein Hemd und hatte eine rote Windjacke in der Hand. Beth Blick fiel auf das Pistolenhalfter, das quer über seine breite Schulter lief. Der schwarze Kolben seiner Dienstwaffe blitzte bei jedem Schritt unter seinem Arm hervor. Sein dunkles Haar war noch feucht, als würde sein Tag gerade beginnen, was nach den Ereignissen der letzten Nacht wahrscheinlich auch der Fall war. Er kam direkt auf sie zu. Hast du einen Moment Zeit? Sie nickte. Ja. Sie gingen zusammen in einen Vernehmungsraum. Nur damit du Bescheid weißt, die Kamera und die Mikros sind aus, erklärte er. Machst du das nicht immer so? Er lächelte und setzte sich an den Tisch, verflocht seine Hände miteinander. Ich dachte, du solltest wissen, dass Billy Riddle auf Kaution freigekommen ist. Heute Morgen, ganz früh, haben sie ihn entlassen. Sie musste sich setzen. Er heißt Billy Riddle? Das ist nicht dein Ernst. Bart schnickte. Er ist 18, noch keine Vorstrafen nach Erwachsenenrecht. Aber ich habe ein bisschen in seinem Jugendregister gestöbert. Fleißiges Bürschchen. Sexuelle Nötigung. Stalking. Kleinere Diebstähler. Sein Papi ist ein großes Tier. Deshalb hat der Kerl einen Wahnsinns Anwalt. Aber ich habe schon mit der Bezirksstaatsanwältin gesprochen. Sie wird versuchen, dir die Zeugenaussage zu ersparen. Wenn ich muss, sage ich vor Gericht aus. Tapferes Mädchen. Batsch räusperte sich. Und wie geht's dir? Ganz gut. Sie würde sicher kein Gefühl Striptease vor dem Ironman abziehen. Er hatte so eine unnahbare harte Ausstrahlung, dass sie unbedingt vor ihm stark wirken wollte. Noch mal zu der Autobombe. Ich habe gehört, es war wahrscheinlich Plastik Sprengstoff und der Zünder ist mit in die Luft geflogen. Klingt nach einem Profi. Hast du heute Abend schon was gegessen? Sie runzelte die Stirn. Nein! In Anbetracht der Portion von heute Mittag sollte sie eigentlich sowohl auf das Abendessen als auch auf das nächste Frühstück verzichten. Bartsch stand auf. Prima, ich wollte geradezu Tullas. Er ging zur Tür und hielt sie auf. Berth blieb sitzen. Ich gehe nicht mit dir essen. Wie du willst, interessiert dich offenbar nicht, was wir auf der anderen Straßenseite gefunden haben. Langsam fiel die Tür hinter ihm zu. Darauf würde sie nicht reinfallen. Sie sprang auf und lief ihm nach. L zu und r r Vielen Dank.